Hallo Leute, herzlich willkommen hier bei uns im Proberaum auf dem Welling. Wir sind Lari und die Pausenmusik und ich möchte euch drei Konzerte dieses Jahr noch wärmstens ans Herz legen. Das erste Konzert wird euch stolz präsentiert von Tetz am Mikro. Jo, genau so ist das. Das erste Konzert am 10.11.2018 in der Waabe. Das ist die große Gundermann-Party und wir leihen euch absolut gerne und herzlich alle dazu ein. Unser zweites Konzert findet am 1.12. dieses Jahres statt im Mastul e.V. bei uns auf dem Welling. Unsere große Jahresabschluss-Sause mit Konzert von uns, mit vielen alten Freunden und Weggefährten. Johanna Zeul wird auch ein Konzert spielen. Wir freuen uns sehr, euch da begrüßen zu dürfen. Und das dritte Konzert wird stattfinden am 16.12. im Musikumfrieden in Kreuzberg. Als Support für Tobias Thiele, den Seile bei Couturings-Party zum neuen Album. Tschüss Leute, wir sehen uns. Tschau. Wir sehen uns. Tschau. Guten Morgen. Vielen Dank.